Wer von euch macht diese Übung? Shrugs. Teilweise habe ich das Gefühl, das ist so eine der Lieblingsübungen von euch da draußen, weil es so viele machen. Und heute geht es darum, ist diese überhaupt sinnvoll, die Übung? Vor allem für das, was ihr trainieren wollt, nämlich diesen schönen, tollen Stiernacken. Manche stehen drauf, manche weniger. Für einen Bodybuilder unabdingbar. Das ist somit das Erste, was oben auffällt und für den Schultergürtel eine richtig tolle Betonung. Das macht euch so richtig brutal. Aber ist das die Übung, um den zu bekommen? Heute gehen wir durch, welche Übungen dafür eigentlich besser sind, besser geeignet sind und was diese Übung tatsächlich macht bei eurem Körper und darüber hinaus auch, wie ihr diese Übung, die Schwack selbst, perfektionieren könnt und noch besser machen könnt. Schauen wir uns zunächst einmal so ein bisschen den Nacken an. Ja, keine Sorge, es wird jetzt nicht zu graue Theorie, aber so ein bisschen, damit ihr versteht, was das ganz Besondere an dem Trapezmuskel ist. Denn so nennt man das, was ihr den Nacken nennt. Dieser Stirnnacken, dieser Hulknacken, der bei ihm besonders ausgeprägt ist, genau das ist nämlich ein Muskel, der eine Einzigartigkeit hat. Und zwar, wie ihr hier seht, das Ganze ist der Trapez. Also nicht nur oben das, was ihr seht, die Spitze des Eisbergs, die dann so aus dem T-Shirt gut rausknallt. Nein, es ist dieser ganze wulstige Teil da hinten, den manche berühmte Bodybuilder wie Dorian Yates und natürlich Ronnie Coleman höchstpersönlich so stark ausgeprägt hatten. Und genau das macht eben diesen starken Alpha-Gang aus, weil da unheimlich dicke Masse draufkommt in der Mitte. Aber das Besondere ist, er zieht eure Schulterblätter. Dafür ist er mehr oder weniger da, die Schulterblätter in alle Richtungen zu ziehen. Und alle Richtungen bedeutet tatsächlich, er zieht sie ein wenig nach unten, der untere Teil hier. Er zieht sie dann natürlich in die Mitte bis hin, und das habt ihr bei Shrugs eben kennengelernt, nach oben. Und damit ist es so ziemlich der einzige Muskel, der in drei Richtungen ziehen kann, beziehungsweise in so einem Radius von fast 180 Grad. Alle anderen Muskeln tun das genau in eine Richtung. Und das ist natürlich klasse, und deswegen wollen wir das auch möglichst nutzen. Behaltet das im Kopf, und jetzt kommen wir direkt zu der Übung, die vielleicht am besten dafür geeignet ist, den Nacken zu trainieren. Nummer eins, ja, auch vor Shrugs. So ziemlich die beste Übung für den richtig krassen, starken Nacken und dem Trapez, so wie wir es gerade gelernt haben, ist Kreuzheben. Ja, so manch einer von euch da draußen, der mir aufmerksam folgt, der wird wissen, dass ich schon so einiges zu denken gegeben habe, wenn es um diese Übung Kreuzheben geht. Man muss sie können, und sie birgt einige Risiken. Aber ich habe nie gesagt, dass sie es nicht wert ist. Und was ich sagen muss, eine der besten Möglichkeiten, überhaupt den Nacken zu trainieren, den Trapez zu trainieren, vollständigen Trapez ist genau diese Übung. Ihr habt ein ziemlich hohes Gewicht, das der Nacken bewältigen muss, und ihr trainiert den Nacken in einem bestimmten Radius. Ihr trainiert nicht nur den oberen Teil, nicht nur in eine Richtung, sondern ihr trainiert ihn gleich in 90-Grad-Richtungen. Wenn ihr nämlich hier unten anfangt, dann müsst ihr die Schultern automatisch hochziehen. Auch da ist euer Trapez schon beteiligt. Und das bedeutet, er geht so ziemlich auf den mittleren Trapez, der, der eure Schultern so nach hinten zieht, hier nach hinten zieht. Und während ihr dann hochkommt, ja, ihr ahnt es schon, wechselt das. Und in der obersten Lage muss der Trapez nach oben ziehen. Das heißt, während der gesamten Bewegung rotiert ihr einmal komplett durch den Trapez durch. Und das mit einem ziemlich hohen Gewicht für den Nacken, weil er es eigentlich auch fast schon nur hält. Das ist eine enorm krasse Übung dafür, weil der im Prinzip alles halten muss, bevor ihr dann durchhängt. Und die Körperstabilisation wird dadurch viel mitgegeben. Dann natürlich auch der untere Teil. Deswegen trainieren Bodybuilder sehr gerne die Variante Ragpuls. Das bedeutet, dass man gar nicht so weit hier unten anfängt. Ja, man nimmt sich ein bisschen des Radius weg. Aber warum machen das Bodybuilder dann überhaupt noch, wenn es gar nicht mehr so auf den unteren Rücken geht, wo die Übung vermeintlich drauf gehen soll. Oder vielleicht sogar noch Gluteus und dann noch die hinteren Beine. Eben vor allem wegen des Schultergürtels, wegen des Trapez, der damit so gut trainiert wird. Das ist vielleicht die beste Übung für den Trapez schlechthin. Die Nummer zwei und wahrscheinlich der Grund, warum mein Nacken immer überdurchschnittlich ausgeprägt war, Rudern. Denn auch beim Rudern müsst ihr natürlich mit recht hohem Gewicht, das ihr dabei benutzt, den Trapez benutzen, um die Schulterblätter nach hinten zu ziehen. Wenn ihr diese Übung richtig ausführt, wird er ordentlich mittrainiert. Und ich muss sagen, da habe ich dann auch immer einen recht guten Pump. Ich würde behaupten, wenn ihr nur diese Übung macht oder nur Shrugs, dann wird am Ende der den Trapez besser ausgedehnt haben und ausgefertigt haben, der die Ruderübung macht. Und dazu auch noch generell einen stärkeren Rücken. Denn auch dieser betont natürlich vor allem diesen mittleren Teil des Muskels sehr gut, aber auch den oberen mit zusätzlich. Und den zufolge könnt ihr euch natürlich vorstellen, es ist nicht nur das enge Rudern am Kabel, was ich euch gerade gezeigt habe bei der Maschine, sondern so ziemlich alle Ruderübungen. Ja, tatsächlich so ziemlich alle. Gerade die Ruderübungen, wo ihr recht breit greift und wo ihr tendenziell nach oben zieht. Nicht ganz nach oben. Das wäre mehr Aufwärtsrudern. Da sind die Delta Muskeln auch sehr, sehr viel bei. Und nicht nachher irgendwas dazwischen, was so ein bisschen eben in die 45 Grad Schräge geht. All das betont den Teil des Nackens am besten, den ihr genau wollt. Und das ist zum Beispiel eine Übung wie diese hier oder generell so upright rows, wo ihr nicht gerade eben nach hinten rudert, sondern auch mehr nach oben. Aber auch alles, was ihr recht breit greift, auch das ist dabei. Also im Prinzip sehr viele Ruderübungen. Probiert es einfach mal aus. Wo spürt ihr den Nacken am besten? Und dann könnt ihr natürlich den Nacken auch vom Gefühl her ein bisschen besser ansteuern. Aber das sind im Prinzip die Übungen, die den Nacken stärker aufbauen, besser aufbauen, kontinuierlicher aufbauen und mit mehr Gewicht als diese ziemlich kleine Übung. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die bei der Shrugsübung weniger gut sind. Bevor wir dann danach zeigen, wie wir es vielleicht ein bisschen besser machen können. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst es mich gerne jetzt schon wissen, bevor ihr das vergesst. Und bevor diejenigen, die regelmäßig die Videos schauen oder auch dieses Video gefunden haben, auch das vergessen, abonniert den Kanal gerne. Würde ich mal irgendwann richtigen Mist erzählen, die euch gar nicht gefällt, hey, deabonniert einfach wieder. Aber jetzt ist das schon mal eine tolle Sache, wenn ihr einfach auf das Abonnieren klickt und dadurch kein Video mehr verpasst und prüfen könnt, ob ich cool bleibe und tolle Sachen erzähle oder nicht. Und schaut euch gerne mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Jetzt kommen wir aber zu der Sache, die bei Shrugs ganz offensichtlich nicht besonders toll ist. Manche von euch werden es schon erahnen, ihr habt kein besonders gutes Gefühl dabei. Warum? Es hängt ein Gewicht ziemlich an eurem langen Arm und das Einzige, was ihr rausbekommt und ansteuern müsst, ist diese kleine Bewegung. Das ist vielleicht die kleinste Bewegung, die es überhaupt bei regelmäßig gemachten Bodybuilding-Übungen gibt. Außer Planks natürlich. Da gibt es gar keine Bewegung. Aber für diese, was ist es, zehn Zentimeter, das muss man erstmal richtig ansteuern können. Und viele wissen auch nicht dann, wie sie richtig bewegen. Gehen sie nach vorne, machen sie diese Drehbewegungen. Wie rum machen sie die ganzen? Eigentlich technisch gesehen musste man den Arm auch steif halten, damit der Bizeps nicht auch noch mit reingeht. Eigentlich ist es aber auch wurscht. Der darf mit reingehen, solange hier oben die Bewegung landet. Da gibt es kein großes Abfälschen. Aber im Prinzip mit geraden Arm ist es nur das. Und wie gesagt, dann auch noch von dem gesamten Muskel nur der obere Teil. Weder der dahinter noch die anderen. Ihr versteht, was ich meine, wenn ihr die Anatomie mitverfolgt habt. Und das ist natürlich ein riesiger Nachteil. Außerdem, sehr vielen von euch passiert es, dass der Nacken natürlich stärker ist als die Unterarme, dass sie gar nicht so gut greifen können. Ihr könntet also eigentlich die 30er Keulen bewegen, braucht allerdings viel zu viel Griffkraft dafür und irgendwann lassen die Griffe los. Das kann natürlich auch beim Kreuzheben passieren und den meisten passiert es dabei. Da kann ich nur empfehlen, nehmt hier die Griffhäfen. Denn hier sind sie richtig. Entweder als Bänder oder natürlich die Metalldinger. Genau dafür ist es da, dass man der Muskel, der eigentlich größer und stärker ist, trainieren kann und nicht aufgehalten wird von den Kleinen. Kleiner Tipp hier, macht es. Damit seid ihr nicht irgendwie unten durch oder fuscht oder sonst was. Oder ihr macht euren Körper kaputt. Nein, genau dafür ist es gedacht. Aber auch hier, definitiv bei der Übung eine schwierige Sache und zum Nachteil. Doch jetzt kommen wir zu zwei Varianten, die ich euch gerne mitgeben möchte, wie ihr es besser machen könnt. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und ob es bei euch funktioniert. Schreibt es in die Kommentare. Und für die eine Variante kann ich nur empfehlen, nehmt euch dafür... Gott, ist das schwer. Ich mach heute nicht Bankdrücken, ich mach heute Bankdrehen. Nehmt euch dafür so eine Bank. Die sollte natürlich stabil genug stehen und nicht nach vorne rollen. Und dann anschließend, ich werde es euch jetzt mal ohne Handeln demonstrieren, geht ihr mit den Handeln, die ihr dann in der Hand habt, ihr könnt euch nicht mehr abstützen, nach vorne und stützt euch hier gegen. Lehnt euch richtig mit der Brust dagegen, wie ihr es auch manchmal von Rücken gebunkern könnt. Ihr seht, dadurch kommt ihr in eine Lage, wo ihr nicht mehr nur oben die Spitze dann trainiert, sondern jetzt müsst ihr so ein bisschen das Ganze in diese 45 Grad Schräge ziehen. Das ist nicht unbedingt besser, aber es bringt eine Variation rein. Macht damit mal drei, vier Sätze. Gerne könnt ihr auch mal ein paar andere Winkel ausprobieren. Ihr könnt das Ganze theoretisch noch viel weiter runter bringen. Ihr seht, ich meine noch viel weiter runter. Und macht das mal so und zieht das hier hoch. Auch das ist eine andere Variante. Im Prinzip ist das im Rudern schon drin, nur dass ihr dann noch mehr drin habt. Aber macht es mal so isoliert und ich bin gespannt, wie es sich bei euch anfühlt. Variiert das mal durch. Nicht nur hier oben, sondern tatsächlich auch in die anderen Teile. Aber Tendenz sollte trotzdem hier oben bleiben, denn da habt ihr relativ wenig in den anderen Übungen drin. Das heißt, wenn ihr vorher schon Rudern gemacht habt, Kreuzheben gemacht habt, dann ist der obere Teil am wenigsten da vorhanden. Und deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man vielleicht die Schwacks als Finisher nimmt. Aber grundsätzlich, um den Nacken ein bisschen besser zu betonen, solche Variationen gar nicht mal so schlecht. Und das nächste betrifft eher das Wie. Und zwar eine Trainingsintensität, die ihr reinbauen könnt, weil ihr eh nur einen kleinen Bewegungsradius habt. Und dann ist natürlich die Voraussetzung, dass eure Unterarme nicht vorher nachlassen. Das heißt, hier werden viele von euch wahrscheinlich die Griffhilfen brauchen. Und jetzt folgender Tipp, was ich schon immer gemacht habe, weil ich gemerkt habe, diese Übung wirkt sonst zu wenig für mich, ist, ich habe sie immer im Dropsatz gemacht. Was heißt das? Ihr fangt mit einem wirklich schweren Gewicht an, mit dem ihr das Ganze vielleicht nur relativ sauber sechs bis zehn Mal bewegt. Achtet auf euren Rücken. Achtet darauf, die Hantel nicht zu sehr zu reißen. Ich sehe euch schon mit den 50 Kilo Hanteln. Ihr versucht sie irgendwie rauszuheben und holt euch den ersten Bandscheibenvorfall. Muss nicht sein. Macht es korrekt und macht es nicht am Anfang eures Trainings. Macht es, wenn alles andere warm ist. Dann holt ihr euch, sagen wir mal, die 40 Kilo Hanteln und macht irgendwie so kleine Bewegungen. Versucht es noch, so gut es geht. Und danach weg damit und sofort auf die Hälfte zu reduzieren, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte. Nehmt die 22,5 Kilo und dann nochmal etwas sauberer nachschießen, bis ihr nicht mehr könnt. Das ist schon mal das eine. Kombiniert das mit einer Bewegungsausführung, wie ich sie euch jetzt vormache. Ihr habt die Hantel, geht hoch und geht so weit es geht hoch. Gedanklich versucht mit euren Schultern die Ohrläppchen zu berühren. Ja, das ist nicht möglich. Versucht es, damit ihr wisst, ihr seid maximal weit oben. Etwas halten, eine Sekunde mindestens langsam runterlassen. Bisschen nach vorne gehen gerne mit den Schultern. So ein bisschen Dehnung reinbringen. Hier rein, bisschen Dehnung. Ihr sollt keinen Rundrücken machen. Hier Dehnung reinbringen, nur nach vorne und wieder nach hinten ziehen und nach oben. Das heißt, wir haben immer zwei Bewegungen drin. Wir ziehen ein bisschen nach hinten und nach oben. Wir ziehen nicht nur nach oben. Wir bleiben nicht hier vorne und ziehen nach oben. Hinten und oben, sodass eure Schultern auch gefühlt hinter dem Hals nach oben gehen. Das ist das zweite. Das ist die Bewegung. Also eine Sekunde oben halten und diese Bewegung hinten und oben einhalten. Das kombiniert ihr mit dem Dropset. Das eine ist, wie ihr es macht. Das andere ist mehr oder weniger eine Intensitätstechnik, der Dropset. Und jetzt kommt noch eine Variante, die ihr stattdessen machen könnt oder sogar damit kombinieren. Dann wird es richtig brutal. Und zwar abfälschen. Wie kann man Shrugs jetzt am besten abfälschen? Auch das demonstriere ich euch mal wieder hier mit. Ihr könnt Shrugs richtig gut abfälschen, indem ihr noch mit den Beinen mitwippt. Die 40 Kilo schafft ihr vielleicht nur fünf, sechs Mal sauber hoch. Dann kommt es hier schon nicht mehr weiter. Was ihr dann machen könnt mit einer ganz kleinen Bewegung. Auch sowas lernt man mit der Zeit zu perfektionieren. Kurz hoch. Ihr seht ganz kurz aus den Beinen das holen und dadurch mit den Schultern ganz hoch. Hier aber wieder halten und jetzt nicht mehr weiter bewegen und nur runterlassen. Und wieder ein bisschen helfen und runterlassen. Helfen und runterlassen. Angenommen, ihr schafft mit einem hohen Gewicht acht Wiederholungen so. Dann macht es ruhig mal, dass ihr mit dem Nachwippen 15 bis 20 Wiederholungen noch voll macht. Das brennt. Und wenn ihr dann noch runter geht vom Gewicht und das alles kombiniert mit dem, was ich euch gesagt habe, das heißt, ihr wippt hoch und haltet das auch noch eine Sekunde, dann wird es richtig, richtig fies. Probiert es gerne mal aus. Wer diesen Satz mal komplett sehen möchte in einem meiner Rückentrainings, weil es das hier nicht geholfen hat, nur so zu demonstrieren, schreibt es mir in die Kommentare. Vor allem bin ich aber auch bei den Kommentaren gespannt, wie ihr diese Technik empfunden habt. Wie es bei euch ankommt. Schreibt es mir ganz gerne und wer jetzt mal ein komplettes, richtig gutes Rückentraining sehen möchte, in dem alles trainiert wird, vor allem auch der Trapez, der schaut sich das einfach da an. Einfach draufklicken, weiter durchklicken und dann seht ihr mal, wie man richtig den Rücken trainiert. Das war es von mir. Ihr wisst, Daumen, abonnieren, schaut mal bei Protein Arena vorbei und dann könnt ihr auch noch 15% sparen mit dem Code GOTTI15 und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.